Ich bin die Marlen Fleischer, ich bin 36 Jahre alt, ich bin die Stationsleitung von der E2 in der Allgemeinchirurgie. Ich komme jeden Tag und tue meinen Dienst hier, freue mich, dass ich Familie und Beruf gut vereinen kann und habe Spaß mit meinen Kollegen und mit meinem Team und freue mich, wenn die Patienten gesund und ordentlich wieder nach Hause gehen können.